Elysium Plus vs. Mount Olympus Sogar komplett ausgeschrieben So, dann können wir nochmal gucken Kronos und Rea Okay Und da holen wir schon mal den Kampfgeist raus Sir Robin Und er holt Korogon raus Oh, Stufe 4 mittlerweile Interessant Ich muss sie auch mal so langsam auf Stufe 4 bringen Und dann können wir auch hier nochmal Miximauf machen Oh, er ist blond geworden So, dann schauen wir mal Vollmondfall gegen Gegen die Panzer Ne, Syrophäer glaube ich heißt das Oh, Tausender 1600 sogar Äh, ja, ich würde sagen War das ein Quit? War das ein Quit oder was? Krasser Shit Aber 1666 war trotzdem noch am höchsten Also, ohne irgendwelchen Boost In Tukum kommt der Ball nicht mal in den Nähersthorst Ah, ja Das glaubst auch nur du Fractal Swinger Kommt Was? Wieso habe ich verloren? Ach, Menno Fractal Swinger hätte Safe gewinnen müssen Safe Safer Warum gewinnen die hier alle? Die haben nicht mal die Techniken gelevelt Versteht einer mal die Welt hier Oder gewinnen hier irgendwas Irgendwelchen Gründen die Zweikämpfe Warum? 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 Was ist nur los hier? Ballistenbomber Funktioniert das noch? Ne Aber wir haben hier ein Blocker Energienetz Geblockt Drück weiter schießen So, da kommt er ran Nice Wie war das? Du kopfst dich bei am Tor ran Da sag ich eine andere Sprache Diesmal nur 900 Ja, da Ja, okay, das reicht Ja, der Kampfgeist Korogon Wird ja nur stärker Indem man halt Ähm Halt in Führung liegt tatsächlich Warum auch immer Eigentlich wäre es so sinnvoller gewesen Wenn man nicht hin Wenn man hinten liegt Dass der stärker wird Und man Nicht noch mehr Tore reinkriegt Aber naja Man kann nicht alles haben So, wir gehen mal auf König Feuervogel Ich glaube nicht, dass er einen Feuervogel hat Ne Und Olympus habe ich noch nicht komplett durchgeguckt Meine ich Ich meine, es gibt nur zwei Leute Die hier Kampfgeiste haben Nehmen wir einmal Sumner Ich bin mir unsicher gerade Ich kann mich auch irren Okay, was habt ihr jetzt vor Leistende Dunkelheit Mich verlangsamt Ihr werdet schneller Ist mir egal Hier Traktalzwinger Schade So Komm Ich versuche das gar nicht Okay Das überrascht mich gerade Das überrascht mich wirklich gerade Dass ich da tatsächlich Gewonnen habe Oh, das war knapp Das war knapp Egal Gamma Strike Rüstung Rüstung Und immer noch V4 Was kriegen wir? 1100er Sehr schön Er geht auch ebenfalls in Rüstung rein Windrad plus zwei Ich glaube nicht Dass er da was Rauskriegt Oh, 99er werden so spannend Da sind tausende Ein Witz Ganz ehrlich Ein Witz Also da brauche ich glaube ich auch Über tausend Damit ich irgendwie glaube ich Ansonstweise eine Chance habe Am Anfang Einmal wieder Fractalzwinger Hat ebenfalls nicht geklappt Dann vielleicht Doppelfalle Auch nicht Crit hat er bekommen Ich probiere es nochmal mit Sturmball Okay Er geht in Rüstung Na okay Harmonie Bombe Ist okay Gehen weiterhin Drauf Alles was wir haben Verteidigungstechnik Gucken wir Dass wir ihn Irgendwie Lower kriegen Oder vielleicht Rüge aufhalten Man weiß es nicht Vielleicht mit den Minen Schade Oh da hält er ihn auf Perfekt Okay Gamma bekommt Er hat seinen Kampfgeist Verlaufen Kommt kein Kampfgeist Verlierer Das ist totaler Quatsch Abseits Abseits Nehm noch einen frei Ja da gehe ich lieber auf den Auf den Tor Ja da gehe ich lieber auf den Tor Sicher sicher Kampfgeist Kampfgeist Können wir mal Richter aktivieren Damit wir da vielleicht auch eine Verteidigung haben Ja Bei ihm war er sicher Dass er einen Kampfgeist hat Also einen Den man auch entnehmen kann Bei den anderen Bin ich mir gerade unsicher Da muss ich wirklich mal bei Licht gucken Was ich da bei Bei Mount Olympus Rausgeholt habe Wunder Sprint Oh schade Warum denn nicht Warum denn nicht Für den Kampfgeist Perfekt Wir halten hier einfach mal Mit Die Großer Mauer auf Oder auch nicht Königsfeuer Ballistenbomber Aha Ich verstehe Oh Krits 1400 Nice Ach komm Ey Dass sie immer Blöd gucken Dass der Ball Einfach mal Rollt Ne Echt ey Anstatt hinzulaufen Nö Warum Warum sollte ich So gesehen Ich verstehe das Manchmal nicht Okay Halbzeit ist Weg Jetzt machen wir ernst Hm Okay Von mir aus Zwei Tore hole ich mir jetzt aber noch Das müssen wir gucken Wir haben kein Miximax Frei gerade Ne Okay Kein Problem Kriegen wir alles hin Faktalswinger gewinnt irgendwie gerade gar nicht Ist das vielleicht Ist äh Machtharmoniebombe Ähm Zumindest ist äh Wald stark Gegen Erde Das kann möglich sein Ich hab mir das nie wirklich richtig gemerkt Ja irgendwie Warte mal Luft müsste dann gegen Wald stark sein Wald gegen Erde Und Erde gegen Feuer Und Feuer gegen Luft Äh Ich glaube Ich bin mir gerade unsicher Okay Können hier ein bisschen Rumspielen hier Gehen weiterhin auf den Gamma Strike Let's go 890 Okay Windrad 444 Reicht auf jeden Fall nicht aus Soviel dato Soviel dato Ja 4-0 Wir haben noch massig Zeit Massig Guckt euch das mal an Wir haben erst vierte Minute Okay Fünfte Minute Ach da ist ja noch alles offen Da ist noch alles offen Da 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 So Sturmball Bekommen auch den Ball Sehr gut Da Da gehen wir auf Stacher Pult Ja Erde müsste eigentlich Feuer schlagen In der Regel Noch Elementen Ich mach das mal so Ich mach das mal so Stempelstompfer Ah blocken die hier vor mir Ich weiß es nicht Ah komm ich riskiere es jetzt einfach mal mit einem Langschuss Vielleicht blockt der vor mir Aber vielleicht nicht komplett Ne der Da ist ein Blocker Windhose Reicht nicht aus Ist nur abgeschwächt Ja okay Da sind zwei Blocker Feuerspirale Da haben wir die Nummer 1 Und der andere hält Sturmball Nummer 1 Und Sturmball Nummer 2 Wir bestimmt jetzt kommen Oder? Ja Und der ist dann geblockt Faktalzwinger Ach schade 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 Als Wundersprint irgendwas ausreicht Komm wir brauchen aber noch ein Zor Ich gehe jetzt einfach mal wieder auf Südpol Ich war dann Zack Und Lauf Und Gamma Strike Schusssequenz 13 Ah wieder 890 Und Windrad kommt wieder Reicht trotzdem nicht aus Wieder 444 Witzig Witzig Okay Okay 5-0 ist da Erst Rang Perfekt Die Zukunft Sehr schön Ich habe noch kein Level ab Auf Gamma Strike Das wundert mich Das ist so lange gedauert Ich habe bestimmt jetzt schon wieder Heute schon alleine Schon wieder über 10 mal eingesetzt Bestimmt Bestimmt Und trotzdem immer noch nichts Und davor hatte ich das auch noch So oft benutzt Ich verstehe es nicht Komm schon Kuppertrache Verdammt Verdammt Ah jetzt verliert er sein Miximorph Ha perfekt Lief gerade dann aus Wo ich das gebrauchen konnte So Turm Zack Victor Rüstung Und Gamma Strike Zack Let's go Tausender Tausender Kommt aber nicht mehr an Da war ich zu weit entfernt In Zukunft rumt der Ball nicht an uns ran Ha Witzig War schon Zu viele Tore kassiert So Auf geht's Ah jetzt verliert er sein Miximorph Okay Wir gehen auf Frechdal Zwinger Zack Und laufen 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 Und Schießen Nochmal mit Gamma Strike Immer noch V4 Schade Wieder ein Tausender Aber Tausender Aber Tausender kommt nicht mehr an 66 Nee das reicht definitiv nicht aus Tor Tor Weltklasse 24 Ja Gleich schaffe ich jetzt noch Ein Zoo Zu schießen mit Gamma Strike Oder auch nicht Ballistenbomba Aber hier haben wir doch paar Blocker Sturmball Gefloppt Gefloppt Uh Level Up Nice Nehmen wir weg Der Sprint Jetzt ist auch Sturmball auf V3 Richtig gut Ja wir haben nur noch Punkte Brauch nochmal Gamma Strike Zu nutzen Also überhaupt generell Von an zu kommen Ach komm Warum hältst du mich denn jetzt hier auf Kann doch eigentlich nie sein So Druff da Und Gamma Strike Let's go Einfach weiter drauf Ich möchte endlich mal Gamma Strike Aufleveln Immer noch nichts Das kann es doch echt nicht sein Wieso Was ist das hier für ein Fehler Im Spiel Ein Fehler in einer Matrix Was so Hölle geht denn hier ab Ernsthaft Was geht hier ab Warum ist das so Du kommst aber nicht mehr ran Menno Warum willst du nicht level ab werden Verstehe ich nicht Hier Fraktal Zwinger Will auch Will auch Will ich auch Auf Maximum Bring Aus irgendeinem Grund Wollen die irgendwie nicht Bis V4 geht es Aber dann Irgendwie nicht weiter Ich weiß dass es noch weiter geht Dann ist der Witz daran Erst wenn es so dieses goldene Farbe hat Dann ist es Ende Dann ist Ende Dann ist das Maximum erreicht Eine Attacke Ich dachte wirklich wir könnten gewinnen Niemand kann uns Gegen uns bestehen Oh wir kriegen Trainer Säbel Und das Trikot und Wappen Ja mal gespannt was Säbel so kann Was für Fähigkeiten der hat Und ja Dann Sehen wir uns beim nächsten Mal Gegen Dragon Link Ja Das ist die nächste Mannschaft Bis zum nächsten Mal